Was ist das für ein Bänker? Ich glaube, ich bin ein Bänker geworden, weil der Beruf einfach gefällt. David Guetta. Ich bin eher so ein Techniker unterwegs. Na ja, FIFA spiele ich jetzt nicht mehr. Da habe ich schon zu viele zerstört, kann man sagen. Und sonst ja viel Kartenspiel mit Freunden.